98, 99, 100. Ich kann nicht mehr. Ich bin so satt. Die Tomaten schmecken so gut. Das ist einer meiner Lieblingstomaten, die Himbeerrose. Die habe ich hier in diese Töpfe gepflanzt. Ich hatte sie in viel zu kleinen Töpfen umgepflanzt, in die großen. Und jetzt wachsen sie im Überfluss. Echt toll. Umpflanzvideo. Hier oben im Video unbedingt mal reinschauen. Sehr lustiges Video geworden. Ich habe jetzt so viele. Ich weiß gar nicht, was ich damit alles machen soll. Für Tomatensauce zum Einkochen viel zu schade. Und jetzt habe ich eine neue Idee. Ich habe bei Luba auf dem Kanal Kalinkas Küche. Sie war ja auch mal bei mir. Verlinke ich euch ebenfalls da oben im Video. Mit ihr habe ich zusammen mal gekocht. War richtig klasse. Bei ihr habe ich jetzt gesehen, wie sie ganze Tomaten einkocht. Beziehungsweise nicht einkocht, sondern nur so mit kochendem Wasser überbrüht und somit haltbar macht. Und genau das werde ich jetzt auch machen. Im ersten Schritt werde ich die ganzen Tomatchen hier mal abernten. Warum sage ich Tomatchen? Weil sie so winzig klein sind und so hübsch aussehen und dazu noch wirklich wunderbar schmecken. Sehen sie nicht hübsch aus. Das wird eine ganz schöne Arbeit. Ah, Flotti Rigotti. Ist auch eine schöne Ernte geworden hier von der Himbeerrose von den paar wenigen Sträuchern. Ich darf nicht vergessen, Samen zu nehmen, denn nächstes Jahr kommen die wieder ins Beet. Lohnt sich das denn für einen Selbstversorger von der Masse her eher nicht? Aber der Geschmack, der ist auch wichtig. Hier im kleinen Gewächshaus, da geht es weiter. Hier habe ich winzige kleine Tomaten. Auch sehr schöne Dinger eignen sich genauso dazu. Spitzen Geschmack. Ich weiß gar nicht mehr auswendig, was es ist. Aber ich habe ja überall Schildchen dran gemacht. Das ist die bolivianische Obsttomate. Auch ganz konzentrierter Tomatengeschmack finde ich klasse. Die kommt mit zu der Himbeerrose und sieht bestimmt schön aus, wenn man so gelbe neben den roten hat. Ah, das wird klasse. Was ich nicht vergessen darf, ist hier die Black Cherry. Auch eine wunderschöne Tomate. Und die ist schon mal wieder etwas größer. Und auch wahnsinnig gut im Geschmack. Werde ich auch mit in die Gläser packen. Und dann haben wir hier noch die berühmte Datteltomate. Auch eine sehr schöne, hübsche Tomate mit viel Geschmack. Kommt mit dazu. Schaut mal, wie reich die trägt hier. Herrlich. Oh mein Gott, sind das noch eine Menge Tomaten. Was ein unglaubliches Tomatenjahr. So, zurück in der Küche. Die Ernte ist super. Hier Datteltomate, grüne Birnchen, Black Cherry und so weiter. Und hier die leckere Himbeerrose. Jetzt muss ich mir aber erst mal schauen, wie die liebe Luba das gemacht hat. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. So äckte Wasser habe ich schon abgesiegt. So, bis das Wasser aufkocht, geben wir schon Pfefferkörner rein. An das Rezept von Luba werde ich mich ziemlich genau halten. Nur, ich habe nicht diese schönen Schraubgläser, sondern ich habe diese Einkochgläser. Die werde ich verwenden. Die haben ja einen Glasdeckel, die sterilisiere ich gerade. Power im heißen Wasser, im kochenden Wasser. Da kommt ein Gummiring drunter, dann der Glasdeckel drauf. Und hier werde ich, damit der Glasdeckel auch hält, diese Metallklammern drauf machen. Weil ich koche die ja nicht ein, damit ein Unterdruck entsteht. Sondern es wird ja nur mit heißem Wasser übergossen. Deswegen bleiben ausnahmsweise die Klammern drauf. Ansonsten, wenn ihr einkocht, die Klammern natürlich immer runter nach dem Einkochen. Damit ihr seht, wenn der Deckel aufgeht, ist es da drin schlecht geworden. Dann entsorgen. Im ersten Schritt wasche ich die Tomaten. So, die Tomaten sind gewaschen. Ich habe hier einfach das Ganze voll mit Wasser gemacht. Dann schwimmen diese Blütenendstücke, die hier an der Tomate oft noch dranhängen, hier vorne. Die schwimmen dann oben. Und dann kann man die hier schön in den Ausguss von der Spüle reinschieben. Und es bleiben ganz saubere Tomaten übrig. So, das war Nummer 1. Und Nummer 2. Jetzt kommt ein großer Topf. In dem werde ich meine Gläser sterilisieren. Es ist immer wichtig, wenn man Lebensmittel haltbar macht, dass man absolut sauber arbeitet. Hände gut waschen vorher. Mit der Bürste schrubben. Dann mit kochendem Wasser hier zum Beispiel die Deckel und die Gummiringe abkochen. Und auch die Gläser werde ich ausspülen und im kochenden Wasser nochmal sterilisieren. Es wäre so schade, wenn einem die Gläser aufgehen, nur weil man nicht sauber gearbeitet hat und das Ganze dann kaputt geht. Frischverzehr ist sowieso immer das Beste. Die meisten Vitamine sind jetzt so noch drin und der meiste Geschmack auch, ganz klar. Fantastisch. Aber man muss ernten, man muss haltbar machen, weil so viel kann man gar nicht verwenden. Und schließlich will ich auch über den Winter über frische, quasi frische Tomaten haben. Klar, die haben weniger Vitamine, Mineralstoffe bleiben erhalten. Ich kriege immer wieder die Frage, Mensch, du verkochst deine Tomaten, die ganzen Vitamine sind ja weg. Natürlich sind viele Vitamine weg, aber dafür mache ich es haltbar und habe einen herrlichen Geschmack und herrliche Sachen im Glas. Immer noch besser, als sie am Strauch verfaulen zu lassen. Hier in den großen Topf, da werde ich jetzt die Gläser reinpacken und das Ganze zum Kochen bringen. Oh ja, das Wasser kocht und die Gläser sollten jetzt steril sein. Da werde ich jetzt die Tomaten reinfüllen. Und zwar werde ich hier, oh da sehe ich gerade, sowas kommt natürlich nicht mit rein. Werde ich aussortieren. Hier nehme ich nur die schönsten Tomaten, die gesündesten Tomaten ohne Fehlstellen. Wenn mal ein Riss drin ist, wie hier, ist es nicht weiter schlimm, aber irgendwelche Fraßstellen, wie hier zum Beispiel, das sortiere ich aus. Und wenn eine Tomate Blütenendfäule haben sollte, wie zum Beispiel diese hier, das kommt natürlich auch nicht mit rein. Das schneide ich einfach weg und esse sie so oder verkoche sie zu Tomatensauce. Denn Blütenendfäule ist nicht gefährlich. Diese Zange hier zum Heben der Gläser ist immer wieder super, muss ich sagen. Alles andere ist schwierig, diese kochend heißen Gläser anzufassen. Hier fülle ich jetzt die Tomatchen ein. Und zwar gerade so bunt, wie sie kommen. Ich lasse auch diese Endstücke dran. Das hat Luba in ihrem Kanal empfohlen. Sie hat leider nicht verraten, warum. Ich glaube aber, dass in diesen grünen Stücken hier auch noch Geschmack drin steht, der später hier in die Gläser mit übergeht. Deswegen ruhig mit rein. Hier Tomaten mit Blütenendfäule. Das kommt weg. Schaut es schön aus. So ein buntes Glas an Tomaten. Wunderbar. So, schön voll machen. Ah, schaut doch toll aus. Schaut doch toll aus. So, Nummer zwei. Drei. Vier. Dieses Jahr brauche ich eine ganze Menge Weckgläser mehr. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diejenigen, die mir hier so ein paar Gläser spendieren. Eine super Sache. Vielen herzlichen Dank. Kommt von der Amazon Wishlist. Wer mich da unterstützt, finde ich immer wieder super, total beeindruckend. Dieses Jahr ist dermaßen viel Obst auf den Bäumen unglaublich. Das heißt, ich brauche hier jede Menge Einkochgläser. Wahnsinn. So viel habe ich noch nie gebraucht wie dieses Jahr. Allein die Tomaten und dann das ganze Obst dazu. Ah, echt spitze. Indem ich hier unten drauf klopfe, setzt sich das Ganze noch ein bisschen und es passen immer noch so ein paar Tomaten oben mit rein. So, eins, drei, fünf, sieben Gläser sind es geworden. Sieben Liter. Also, das sind ein Liter Gläser. Und da kommt jetzt das kochende Wasser aus dem Topf rein. Das fülle ich hier einfach mit einer Kelle auf. Verwende wieder meinen Trichter, wenn ich ihn finden würde. Hier ist er. Da ist jetzt noch nichts drin in dem Wasser. Es ist einfach nur kochendes Wasser. So, einmal. Dann lege ich zur Beschwerung hier einfach mal den Deckel drauf, dass es die Tomaten ein bisschen nach unten drückt. Auch die hier habe ich sterilisiert in kochendem Wasser. Hier ist gut, wenn man einfach noch einen Schuss Essig dazu gibt. Auch das hilft nochmal bei der Sterilisation. Ist aber nicht unbedingt nötig. So, dann werden die alle schön nach unten gedrückt. Und jetzt soll man einfach ein bisschen abwarten, bis die Gläser so erkaltet sind, dass man sie anfassen kann. Also, bis sie nur noch so handwarm sind. Ich schätze, das dauert so eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Was kommt hier jetzt noch alles rein? Nur Salz, Zucker. Ich verwende keinen Zucker. Ich verwende natürlich Honig. Dann kommt rein Pfefferkörner und Essig. Auf einen Liter von eurem Sud hier, das rechne ich dann hoch, kommen 30 Gramm Salz, 70 bis 80 Gramm Zucker, bei mir Honig, 100 Milliliter Essig und Pfefferkörner ganz nach Gusto. Ich schmeiße einfach immer so eine kleine Handvoll jeweils rein. Die Gläser, die sind mittlerweile abgekühlt, hat nicht ganz so lange gedauert, weil da viele Tomaten drin waren, wenig Wasser und das kühlt natürlich relativ schnell runter. Das Wasser gieße ich jetzt wieder weg und zwar in den Topf rein. Wisst ihr, was mir einfällt? Ich habe vergessen, Samen von den Tomaten zu nehmen. Zum Glück hängen noch welche am Strauch. Ihr müsst schon mal mitdenken und mich daran erinnern, Rigotti, nimm die Samen runter. Das Wasser bringe ich zum Kochen. Jetzt habe ich nicht gemessen, wie viele Liter das sind. Zum Glück habe ich als Imker große Messbecher. Da wird hoffentlich alles reinpassen. Wir haben 2,7 Liter. Also, alle Angaben, die ich gemacht habe, 30 Gramm zum Beispiel mal 2,7 gibt 80 Gramm ungefähr. 80 Gramm Salz brauche ich. Dann habe ich, was gesagt, 70 bis 80 Gramm Zucker bzw. Honig. 8 mal 2,7 sind 220 ungefähr und 100 Milliliter Essig ergibt 270 Milliliter. Pfefferkörner, klar, einfach so frei, Schnauze. 80 Gramm Salz. 220 Gramm Honig. Und zum Schluss noch 270 Milliliter Essig. Da habe ich einen normalen Apfelessig genommen. 5% Säure. So, das Wasser kocht. Jetzt fülle ich es da rein. Schöpfkelle, Trichter. Drauf kommen ein paar Pfefferkörner. Deckel drauf. Dann kommen die Gummiringe dazwischen, die ich in kochendem Wasser ausgekocht habe. Hier sind immer wieder Gummiringe dabei, die etwas zu groß sind. Die sortiere ich immer aus, denn das nervt. Passende Gummiringe sind wichtig. Sie müssen so ganz leicht klemmen am Glasrand. Und das hier ist einfach nichts. Keine Ahnung. Ich kaufe immer die, in Anführungszeichen, Originalen für diese Glassorte hier. Der hier passt wunderbar. Der klemmt so schön rein. Und aufs Glas drauf. Es kann sein, dass ich mal versehentlich keine Originalen gekauft habe. Hier, so soll es sein. Liegt überall richtig schön an. Und dass die dann nicht ordentlich passen. Und die schlechten sortiere ich konsequent aus. Und hier drauf die Klammern. Hier mache ich vier Stück pro Glas. So. Drehe das Ganze jetzt auch um, so wie ich es bei Luba gelernt habe. Und lasse es so stehen und abkühlen. Sieben Gläser voll mit allerschönsten Früchten sehen, die nicht total hübsch aus. Mir gefällt es unglaublich gut. Und ich freue mich schon auch, wenn ich irgendwann dann im Herbst oder im Winter das erste Glas aufmachen werde. Ich schätze, dass die so mindestens ein Jahr halten. Aber innerhalb eines Jahres habe ich die bestimmt schon alle aufgegessen. Ihr könnt dabei sein. Abonniert den Kanal. Freue ich mich sehr drüber. Wenn euch der Film gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen rauf. Bis dahin sagt euer Selbstversorger Rigotti. Unter Druck nicht gebt, dass der Deckel von alleine hält. Deswegen bleiben ausnahmsweise Glasdeckel und Gummi-Ring. Dann werde ich diese... Und die Glasdeckel, Quatsch, die... Klammern... Nochmal von vorne. Ausnahmsweise drauf. Ansonsten schauen wir mal, wie es weitergeht. Nochmal. Und die kann ich dann schön ins Küchen... Küchen... In den Ausguss... In den Ausguss. Ja, es lohnt sich wirklich. Man hat diesen konservierten Geschmack dann im... Boah, ich kann nicht mehr. Diese Zange hier zum Heben der... Ach... Was kommt da dann... Was kommt da dann noch alles rein? Salz, Zucker, Essig und... Und was war's? Pfefferkörner. Salz, Zucker, Essig, Pfefferkörner. Das sind nur vier Sachen. Eins. Salz, Zucker, Pfeffer, Essigkörner. Salz, Zucker, Pfeffer, Essigkörner. Salz, 70 bis 80 Gramm Zucker und... Wie viel Honig? Honig, ach so. Anstatt Zucker verwende ich ja Honig. 100 Milliliter Essig. Was kommt hier jetzt noch alles rein? Zucker, Salz. Was kommt hier jetzt noch alles rein? Jetzt habe ich nicht gemessen, wie viele Liter das sind. Ich wollte. Die decke ich jetzt noch ab, damit die schön langsam kalt werden. Und schön haltbar bleiben. Tschüss. Und jetzt abschalten. Und jetzt weiß ich noch alles rein. Vielen Dank.